Musik Wir sind in der Nähe von Köln und in der Nähe von Köln. Die Eier haben wir gegessen, ich wollte keine zweite Eiersammlung mehr haben, also habe ich wohl nichts. Es sollte aber etwas sein, was irgendwie aus zwei Teilen besteht, da war die erste Idee Engel und Teufel, das sind ja wieder zwei Teile, im ersten Fall auch einer, wenn man nachts Engel und abends Teufel oder wie auch immer sein kann. Aber bei vielen Gesprächen mit den Künstlern ist dann rausgekommen, also Engel und Teufel ist zu eng. Und einer sagt, wie soll ich Engel malen, sagt, mal an sich eure Frau, das ist ein Teufel. Also sind wir dann auf die Idee gekommen, und zwar als erster einer aus Belgien Künstler, wir machen Polarität. Da passt alles rein. Vielleicht finden Sie auch welche, vielleicht andere als ich, aber ich habe überall welche gesehen und auch gefunden. Viel Spaß, viel Vergnügen und noch ein schöner Mittag bei dir. Applaus Haben tại 25 25 25 500 Leider 2018 35 8 5 Per Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.